hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom car mechanic simulator 2021 es gab wieder ein neues dlc jetzt muss ich gerade mal gucken ob wir einen auftrag dafür haben den kampagnen auftrag wollte ich würde gern mal es war jetzt fort bronco laut beim beschleunigen der wäre interessant da das ist das dlc k den machen wir so es sind mich hot rods sind neu hinzugekommen das muss ich nur gerade mal platz schaffen aber dann können wir einfach rein stellen wo wir gucken jetzt erstmal was ist mein auftrag habe gar nicht geguckt einfach angenommen motor läuft unruhig generalüberholung des motors gang kann nicht eingelegt werden schalten fast unmöglich repariere oder tausche teile der karosserie aus okay dann würde ich sagen mal erst mal ab auf den diagnosepfad mit dem guten stück starten ob das geht motor springt nicht an okay dann oder ein kompressor da drin krass 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 motor müssen wir general überholen dann gucken wir mal fangen wir mal mit diagnose hier an krass 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 kr Oh, das sind jetzt ein paar tiefer gehende Sachen, die wir da erledigen müssen. Multimeter, schauen wir mal, was der sagt. Biep, Biep. Biep. Biep, Biep. Zündspule ist hinüber. Okay. Okay. Biep, 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 Biep. Punkte. Oh, ich kann passen, weil ich hab glaub ich... Wir haben noch nicht die... Unsere neuen Punkte vergeben, ne? Fällt mir da grade so ein. Totmanometer. Mhm. Vergaser. Vergaser, okay. So, dann haben wir mal die Prüfung... ...gemacht. Dann können wir mal optische Sichtprüfung machen. Genau, optische Sichtprüfung, doppelt gemoppelt. Sichtprüfung machen. Oder optische Prüfung machen. Da haben wir schon das eine oder andere, was wir... ...tauschen dürfen dann, ne? Kühler. Servo-Behälter. Bin mal gespannt. Sieht jedenfalls nach einem recht interessanten Auftrag durchaus aus. Freue ich mich drauf. Ja, Hot Rod ist das eine ganz neue DLC. Also, was heißt ganz neu? Wenn ihr die Folge seht, ist das schon gar nicht mehr neu. Weil ich da so viel im Voraus aufgenommen hab. Ich glaube, ich muss die auch mal auf täglicher Basis bringen. Dass ich da mal wieder ein bisschen hinterher kommen. Weil ich spiele das einfach zu viel. Aber es macht mir so viel Spaß. Und, äh... Ich mag das Spiel auch total. Also, bisschen fast wie... Ja, mein zweites Lieblingsspiel neben mir, die Wild Dynasty sozusagen, ne? Tank kann ich nicht. Okay. Prüfung haben wir abgeschlossen. So. Mehr können wir. Wir können das mal reinsetzen, ne? Äh... Was ist dahinter? Ach, da ist die Batterie versteckt. Ne, da wollte ich hin. Auto verlassen. Karte öffnen und Ziehwellen. Da wollte ich. So. Heiße Kiste. Eng, aber... Hat was. Hat was. So, dann bringen wir das gute Stück mal in die Werkstatt. Vor die Werkstatt. Stand hier ein Auto. Ne, stand keins. Okay. Und jetzt tauschen wir mit dem Luxor, genau. Und dann kommt der nämlich raus. Den hier müssen wir auch noch irgendwann reparieren. Aber jetzt machen wir erstmal den hier. So, was haben wir denn schon an Teilen gefunden? Äh... Betriebe ist wahrscheinlich hinüber und... Heckscheibe. Kotflügel hinten. Kotflügel vorne. Rücklicht rechts. Tür vorne rechts. Also Kotflügel links hinten. Kotflügel rechts vorne. Rücklicht rechts. Tür vorne rechts. Tür vorne rechts. Rücklicht rechts. Rücklicht rechts. Heckscheibe. Und Kotflügel hinten links. So, gucken wir mal, was wir davon reparieren können. Den brauche ich nicht, aber die Tür. Und den Kotflügel. Die 8 Euro. Oder die 1 Geld, die investieren wir. Hä? Ach da. Ach da. So, dann kann man den nämlich wieder montieren. Der war auch noch in Ordnung. Die ist wieder in Ordnung. Äh... Zählt das? Ja. Zählt. Ach, das ist die Lackierung. Der ist nicht am Rosten. Der ist von der Lackierung her so. Rücklicht rechts. Das müssen wir natürlich noch montieren. Hallo? So. Und Rücklicht rechts. Das müssen wir mal kaufen. Karosserie-Teile. So, das ist der Hot Rod. Können wir mal gucken, was es hier noch an Fahrzeugen gibt. Der neuen. Ähm... Ich gehe mal davon aus, dass das nicht der einzige Hot Rod ist. Die sind nämlich noch dazu gekommen. Der hier noch. Der hier noch. Der hier noch. Sind auch sehr schön gefallen, ja. Oh, der ist natürlich auch mega. Also da gibt es ein paar schicke Fahrzeuge. So, aber wir haben jetzt den hier. Da brauchen wir Rücklicht rechts. So. Dann wäre der Karosserie-Technisch schon mal fit, ne? Heckscheibe. Okay. Dann lasse ich gelten. Den Einwand. Die Heckscheibe. Das ist noch im Montage-Modus. So. Jetzt dann aber. Jawoll. Und dann schrauben wir mal unten das Getriebe weg. Und äh... Erst die Karte dann wäre logischerweise. So. Dann müssen wir den Anlasser weg machen. Ich glaube das müssen wir... Wenn der fertig ist, müssen wir den definitiv mal auf der Teststrecke fahren. Dann. Der interessiert mich. Ja. Ach, da fehlt noch einer. So. Ausrücklagern müssen wir eh neu machen. Der Rest müsste... Ich schraube den mal ab. Aber die Karte runter sieht gut aus. Dann können wir es wieder montieren. Und mal direkt ein neues Ausrücklager drauf schrauben. So. Tuning müssen wir hier ja keins machen. So. Getriebe nicht. Äh... Jetzt können wir glaube ich erstmal den Motor... Wobei es Getriebe... Könnte ich schon wieder dran schrauben. Egal. Ölwanne. Öl müssen wir ablassen. So. Oh. Da war noch viel drin. Aber ist ja auch... Keins der Schrottautos, die wir sonst... So Ölwanne kann ich direkt abschrauben. Dann haben wir das auch erledigt. Ölfilter... Öl muss ich gar nicht wechseln, ne? Ne, Öl brauchen wir gar nicht wechseln. Hätten wir nicht wechseln brauchen. Aber ich musste ja hier dran. Dass ich... Sehe ich schon welche Kolben das ist? Nein. Also müssen wir... Die Pleulager hier mal alle lösen. Dass wir dann... Kolben und Kolbenringe nachher ziehen können. Wenn wir von oben dran kommen. Ich habe das Gefühl... Der hier ist das. Die Pleulagerdeckel sehen alle noch ganz gut aus. So. Hallo. Wunder mit dem Ding. Dann... Lass ich jetzt mal die Flüssigkeiten ab. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir Schweinerei veranstalten. Bremse... Brauchen wir nicht. So. Dann machen wir den mal runter. Den mal runter. Oh, ich sehe schon welcher Vergaser hinüber ist. Aber wir müssen noch ins Ebis auf die Kolbenringe runter schrauben. Von dem her. So. Und der Riemen runter. Schrauben wir mal den Kompressor ab. Mal gucken, ob wir das mal reparieren können. Oder ob wir das alles neu machen. So. Ventildeckel runter. Fangen wir mal auf der einen Seite an. Und vielleicht haben wir ja Glück. Und wie ist das dann auch schon. Okay, da sehe ich schon den Kipphebel. Zylinderkopf ist auch hinüber. Der ist auch hinüber. Schrauben. Achso, dann machen wir die Ventilstöselstangen. Achso, ich muss das Teil in der Mitte noch wegmachen. Sehe ich gerade schon. Ansaugbrücke. So. Der sieht auf jeden Fall auch fritter aus. So. Und jetzt können wir nämlich direkt mal. Die waren okay. Kann man das nämlich direkt. Laufen wir auch nicht Gefahr, dass wir den falschen wieder irgendwo einbauen. Dann. Da haben wir die Kolbenringe. Kolbenringe. Ringe. Ich weiß gar nicht, wie viele waren denn das? Zwei? Die wir neu machen müssen. Oder einer? Ich weiß es gar nicht. So. Zylinderkopf müssen wir neu machen, nehme ich an. Zwei Teile fehlen noch. Einmal Kolbenringe. Einmal haben wir noch. Okay. Also die andere Seite ist auch noch. Zylinderkopf. Und da haben wir noch diverse Teile nicht gefunden. Machen wir gerade mal den Zylinderkopf neu. Dass wir den wieder draufschrauben können. Nee, 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 nee. Den müssen wir reparieren. Zündspule können wir auch reparieren. Hätten wir reparieren können. So rein in der Theorie. Und Zylinderkopf, da ist er. So. Sehr gut. Dann bauen wir die Seite schon mal wieder zusammen. So. Krümmer mal wieder drauf. Halt. Das war der falsche. Den brauchen wir natürlich. Ich baue doch da nicht mal einen guten 100% Krümmer dran. Ist ja gar nicht bezahlt. Ich weiß jetzt nicht welche Zündkerze wo war. So. Ventilstöselstangen kommen alle wieder drauf. Oder rein. Ein bisschen höher. Das sieht man kaum. So. Kipphebel machen wir wieder rein. Da müssen wir einen definitiv erneuern. Mindestens einen. Mindestens einen. Ja, einen. 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 So. Kipp. Kipphebel. 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 Kippebel. Kipphebel. Kippebel. muss neu oder repariert werden. Der muss neu. Den schrauben wir mal ab. Dahinter sieht es wahrscheinlich auch bitter aus. Fürchte ich. Wir haben noch einige unentdeckte Teile und ich fürchte die sind hinter dem Steuergehäuse. Die Steuerkette sieht gut aus. Die kann ich nicht. Warum? Achso, weil da die Kipphebel drauf sind. Haben wir noch immer unentdeckte Teile. Zündverteiler. Drei Teile fehlen noch. Okay, die könnten wir aber hier drunter finden. Da haben wir noch eine Zündkerze. Die neu muss. Ein Teil fehlt noch. Cool. Das heißt ja vorne können wir wieder wirklich zusammenschrauben. Dann machen wir nachher. Vielleicht noch eine Stößelstange oder so. Nicht ganz in Ordnung. Da ist der zweite Kipphebel. Sonst muss ich mal gucken, was das noch sein könnte. Eine Sicherung vielleicht? Ne, die Sicherung wäre ja angezeigt worden. Da haben wir noch einen. Jetzt dürften wir alles gefunden haben. Eine Stößelstange ist hinüber. So. Genau, haben wir gefunden. Alles perfekt. So, da ist definitiv dann da jetzt noch eine... Irgendein Kolbenring nicht in Ordnung. Der war es nicht. Wir gucken jetzt aber mal welcher das war. Der war es auch nicht. Wahrscheinlich der letzte, ne? Ja. Mir nicht anders zu erwarten. Genau, da ist er. So. Aber die sind jetzt zumindest mal da, wo sie hingehören. Wo sie vorher waren und wo sie auch jetzt wieder hingehören. Äh... Kipphebel brauchen wir noch einen. Und eine... Stange. Ventilstößelstange. Dann passt das auch wieder. Ich hoffe... Der zählt das jetzt alles richtig. Jetzt gucken wir jetzt, bevor wir die... Ja, Ventilstößelstange zählt. Das weiß man leider als nie so genau, ob das wirklich alles so... Weil wenn die die Position tauschen, Teile und dann zu schlecht sind, dann zählt der das nicht. Da muss man dann immer mal gucken. Und gegebenenfalls noch mal tauschen. So. Zündverteiler... Oh, die Steuerkette müssen wir auch neu machen. Kipphebel, jawoll, sind beide. Passt. Dann gucke ich gleich mal, was ich noch reparieren kann. Steuerkette definitiv nicht. Das weiß ich. Vielleicht denn... Ist die so schlecht? Tatsächlich. Äh... So. Die war definitiv schlecht. Dann haben wir ja gut dran getan, das hier abzuschrauben. So. Und es war gut, dass wir das Wasser abgelassen haben. Sonst hätten wir so das Schweinerei gemacht. Zündspule... Die müssen wir definitiv neu kaufen. Spule... Hätte ich da noch eine gehabt? Ne. So. So. Jetzt gehen wir grad mal gucken, was wir reparieren können. Davon brauchen wir nichts reparieren. Davon auch nicht. Zündverteiler Kappe. Sehr gut, das braucht man nicht. Kriegen wir nicht bezahlt. Zündverteiler, den Läufer brauchen wir. Kappe haben wir repariert. Klammern, dass wir die nicht vergessen. Klammer. Kompressor und so konnten wir alles reparieren. Sehr gut. Der Keilriemen kann schon wieder drauf. Oh, hier fehlen noch die Zimtkerzen, sehe ich gerade. Brauchen wir eine neu. Zwei neu. Zweimal neu. Weil mit 17% brauchen wir da auch nicht anfangen. So, nein, 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 nein. Den hier natürlich. So weit kommt es noch. Zimtkabelsatz war okay. Keilriemen noch. Lüfter. Lüfter. So. Da ist er da vorne schon wieder zusammengeschraubt. Dreimal 100% Vergaser. Einen haben wir repariert, das weiß ich. Haben wir beide repariert? Oder war da eine in Ordnung? Also neu. Hm. Normalerweise sollte man die ja neu machen, die Luftfilter. Aber, wobei, nur wenn sie gut sind, eigentlich nicht, ne? So, da brauchen wir jetzt noch Servoöl. Das hätte ich gar nicht ablassen brauchen. Das habe ich vorsichtshalber einfach gemacht, dass wir, falls wir an die Servo-Pumpe müssen, auch da keine Schweinerei veranstalten. Kühlwasser können wir schon mal einfüllen. Wird heute eine etwas längere Folge, aber den machen wir jetzt noch fertig. So. Jetzt müssen wir natürlich erstmal unten die Ölwanne wieder dran schrauben. Sonst tun wir uns da schwer mit dem Öl einfüllen. Und die Pläulandeckel natürlich wieder dran. War gut, dass wir die abgeschraubt hatten. So konnten wir nämlich problemlos eben die Kolben ziehen. Sonst hätten wir dann erst noch wieder runter müssen. Hallo. Da wollte ich hin. Und das hätte ja keinen Sinn gemacht. Hallo. Da. Spiegelt ein bisschen ungeschickt. So. Ölwanne. Und dann können wir das Getriebe dran bauen. Oh, das müssen wir erst noch neu kaufen. Sonst wird das ein Problem. Ich dachte, das hätte ich reparieren können. War aber nicht der Fall. So. Dann noch Öl einfüllen. Und dann sind wir wieder fertig. Vielleicht kriegen wir eine Scheunenkarte. Dann können wir mal gucken, ob wir so ein Hot Rod irgendwo in der Scheune finden. So. Noch Öl rein und dann sind wir durch. Hm. Rein mit dem flüssigen Gold. Wie Öl ja auch gerne genannt wird. So. Füllstand prüfen. So viel Zeit muss sein. Sieht gut aus. So. Das war's, oder? Jawoll. Dann stellen wir das gute Stück noch raus. Fahrzeug bewegen. So. Sehr gut. Machen wir eine Testfahrt, oder? Ich will mal so ein Ding fahren. Teststrecke. Mit dem hier. Genau. Ich habe zwei Käfer. Wieso habe ich zwei Käfer? Einer steht in der Werkstatt und der andere. Da hat er einen Kompressor. Genau. Da war was. Tja. Ich habe zwei Kompressor. Oh. sehr schön gefällt mir hat was ganz eindeutig hat was so schließen schick 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 so dann kann man den auftrag abschließen gucken wir mal was wir kriegen 17.000 drohen nicht schlecht 131.000 haben weiß muss ich mal gucken ob wir den können auch noch verkaufen die sachen behalten wir mal eine kiste habe ich glaube ich nicht gekriegt ne schade auch dementsprechend keine scheunenkarte schade 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 jetzt kann man mal gucken schieftrain schade doch da ist er ich guck gerade noch mal was wir noch hier haben nehmen wir den auftrag nehmen wir an ist das nicht das ist glaube ich kein dlc das müsste jetzt mod sein mod fahrzeug ne moment da wollte ich hin car mod genau war mir gar nicht bewusst dass die auch holla die weit weh 929 ps zieht zur seite hält die spuren nicht holpert auf unebener strecke fahrwerk defekt problem mit dem bremsen wagen beschleunigt nicht fallen erreichen tuning wert von 6 bis 11 prozent ok dann gehen wir mal auf testfahrt machen wir jetzt noch machen wir mal quasi wieder eine doppelfolge da draus fahren ja das sieht interessant aus oder schaltknöppel ist ein bisschen krank das ist krank einfach krank den sollen wir tunen 9 bis 11 prozent das heißt noch mal 90 bis 100 ps obendrauf ok das wird spannend so wir haben schon einiges jetzt mit sicherheit entdeckt federbügel ok ein teil fehlt noch da fehlt auch noch ein teil dann gehen wir noch ein diagnose pfad ja und bremsbeläge kupplungsscheibe teil nicht gefunden und den tuning werden müssen wir erreichen dann gehen wir nochmal auf den nicht dahin vola auf den diagnose pfad bitte ja Bremsen vorne, drei Bremsbeläge müssen wir glaube ich tauschen, Vorderradaufhängung, was ist denn das da, das ist ein Schalthebel und das ist auch nochmal irgendein, das ist die Handbremse dann, ne, schon eine kranke Kiste, ne, Bones Shaker, Knochen Schüttler, okay, so, Anschlagpuffer auf jeder Achse hin, da haben wir jetzt glaube ich einen Großteil gefunden, ne, Stoßdämpfer, Anschlagpuffer, da fehlt noch ein Teil und da, Tuning müssen wir noch erreichen, ja, dann mal ab auf die zweite Bühne, ne, mit dir mein Lieber, krank, einfach krank, Einfach krank, sage ich dann nur, aber schick, hat was, So, Katernwelle muss weg, Als erstes, Warte, wir müssen da an die Kübe dran, Dann, kann der hier weg, Achso, ich muss ja auch an die Bremsen dran, ne, Da ist es wohl die Bremsscheibe, Machen wir die Seite auch direkt, Da sind es die Beläge, Und der Federbügel Und der Anschlagpuffer So, dann können wir direkt neu kaufen, Weil da weiß ich, Den können wir gar nicht reparieren, Und den Stoßdämpfer eigentlich auch nicht, ne, kann ich auch direkt neu kaufen, Federbügel, da haben wir eine Chance, Hinterachse, So, Bremsscheibe können wir reparieren, In der Regel, Oder auch nicht, So, was haben wir hier, Nichts, Okay, müssen wir alles neu kaufen, Versuch war es wert, Bremsscheibe, Suche sollte ich vielleicht löschen, Meistens können wir sie reparieren, Aber die ist jetzt zu kaputt, Da geht es dann auch nicht mehr, Die Beläge waren noch in Ordnung, Machen wir mal so, Und dann den Schlappen hier wieder drauf, Krass, Krasses Teil, Federbügel, Brauchen wir auch neu, Wo war, Da, Konnte ich auch nicht reparieren, Wenn ich es richtig gesehen habe, Ne, 10%, Das wird nichts, Die Beläge brauchten wir aber neu, Und dann der Bremssattel, Und auch, Das Teil hier, So, Dann bauen wir mal das Getriebe noch aus, Da haben wir auch noch den ein oder anderen, Makel dran, Das ist eh kaputt, Da könnte ich vielleicht ein Renngetriebe draus machen, Oh, hier haben wir schon Tuningpotenzial, Kupplungsscheibe und Schwungrad, Das machen wir mal direkt im Tuning, Kupplungsscheibe und Schwungrad, Vielleicht die Kupplungsdruckplatte auch direkt, Gibt auch noch mal einen Prozentpunkt beim Tuning, Und dann müssen wir mal gucken, Welches Getriebe wir da brauchen, Weil das würde ich dann auch als Tuningteil holen, So, dann nehmen wir die hier, Andere können wir vielleicht mal irgendwann wieder verkaufen, Oder Ausrücklager gibt es nicht im Tuning, So, Getriebe Typ A, Das kann ich doch bestimmt auch, Es gibt auch noch mal ein Prozent, Machen wir gleich ein Tuninggetriebe weiter, So, Kardanwelle, So, Ich würde gerne mal gucken, Wo wir jetzt beim Tuning schon gelandet sind, Hat schon was, ne? Mir gefällt das irgendwo, Wir müssen noch die Bremsen vorne machen, Aber das ist jetzt gerade mal unerheblich, Ich will mal wissen, wo wir hier liegen, Hätte ich eigentlich eine Eingangsmessung machen müssen, Hätte ich eine machen müssen? Gucken wir mal, wo wir jetzt liegen, 929 PS, Das ist schon eine Ansage, Da will die 1000 knacken, Wie das alles schaut, 4,15 Prozent haben wir, Also wir liegen hier deutlich unter der Leistung am Werk, Aber wir haben schon 4,15 Prozent Tuning erreicht, Das ist gut, Das ist gut, Dann gehen wir mal wieder auf die Bühne zurück, Und, äh, Beenden wir auch mal die Folge für heute, Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Ich hoffe euch hat's gefallen, Wenn ja, lass gerne einen Daumen nach oben da, Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Dann reparieren wir weiter an dem Ding und Tune noch ein bisschen, Gucken wir mal, was noch geht, Und, ja, in diesem Sinne, Danke fürs Zuschauen und Tschüss, Bis zum nächsten Mal. Ja.